Und damit herzlich willkommen, Spielzeugjäger. Kurze Unterbrechung, ich muss mal ganz kurz hier meinen Kompagnon anrufen. Ich habe hier ein schönes Nerf-Mikrofon, oder besser gesagt ein Walkie-Talkie. Das habe ich gekauft in den USA. Und das ermöglicht es mir, mit Menschen zu sprechen, die unwahrscheinlich weit weg sind. Und der Martin, ich weiß gar nicht, ob er noch in L.A. ist. Ich versuche ihn einfach mal ranzukriegen. Ich werde ihn erstmal anfunken. Martin, bitte kommen. Ja, hallo. Martin, der Livestream hat gestartet. Ich wollte fragen, ob du noch in L.A. bist und noch mal ins Haus kommen könntest, um mit uns am Livestream teilzunehmen. Ja, warte, ich habe nur noch einen Kaffee holt. Ich bin gleich da. Warte, warte, check, 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 check. Okay, dann sieh zu. Also, na, es geht los. Ja, Freunde, wie gesagt, USA ist ein großes Land. Und wenn Martin einen Kaffee holt, dann sind wir auch schnell mal vier Meilen weg. Das muss man einfach... Ach, da bist du ja schon. Sehr schön. So, kann ich das ausmachen? Brauchen wir das noch, oder? Nee, ich glaube nicht. Also, wie gesagt, Nerf Walkie Talkies zu erwerben im hiesigen Walmart oder auch im Target. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es das da auch gibt. Hatten wir die im Walmart oder im Target gekauft? Ich glaube, ein Target. Ein Target, ja, okay. Ja, guck mal, ist denn schon da? Der Martin! Ach, der Ultimate Player. Der Dicke hat Schiss. Das ist der schlimmste Unboxer, den ich kenne. Oh ja, oh, Martin, du hast mir ja letztens beim letzten Unboxing, wo du den Dino-Riders ausgepackt hast, ich habe da tiefe Schmerzen empfunden. Warum? Warum? Weil die ja noch richtig gut aussah. Ja. Und es war ein Kommando. Es war ein Kommando. Ich werde irre. Reden wir nicht drüber. Das diskutieren wir aus bei der Toplotion. Richtig. Genau. Noch jemand am Start? So. Ach. Ja. Schau mal. Das dürfte der gute Ronny sein. Grüße gehen raus. Ich weiß ja gar nicht, ob du es mitverfolgt hast. Ronny, guck mal bitte auf die Aufrufzahlen von dem Bronzosaurus-Video. Also pass auf, intern ist es ja so gewesen, dass Martin und ich uns ja immer mal wieder etwas battlen, was das Thema New Adventures versus Dino-Riders anbelangt. Und lange Zeit war es ja so, dass die New Adventures-Folgen immer etwas mehr anklangend gefunden hatten. Muss man halt einfach so sagen. Und da haben wir uns hinter den Kulissen immer so ein bisschen gestichelt. Und ich habe dann immer gesagt, hier die New Adventures sind das Zugpferd, die halten den Kanal am Laufen. Jetzt kam ja diese Bronzosaurus-Folge raus und Halleluja. Also am Arsch. Am Arsch, ja. So muss man es wirklich sagen. Diese Folge ist, glaube ich, unsere krasseste Starter-Folge, die wir so hatten. Also keine Folge ging so ab wie diese Bronzosaurus-Folge. Keine Ahnung, woran es liegt. Worum es dann geht. Nein, das schon, das schon. Aber Wahnsinn. Also absoluter Wahnsinn. Deswegen nochmal danke an dich. Ohne dich wäre diese Folge ja nicht möglich gewesen. Von daher sehr beeindruckend, was der Martin da jetzt für eine krasse Dino-Riders-Folge in petto hat. Genau. Ja. Wie geht es uns, Martin? Wie geht es dir hier im Urlaub in den USA? Ja, mir geht es gut. Also läuft. Wir haben die ersten Tage, haben wir gut verbracht in Texas. Da haben wir schön neben dem Konsumgott gefröhnt. Jetzt hier in L.A. geht es auch so. Wir haben ein paar coole Shops hier besucht. Ja, also ich freue mich schon wieder raus aus der großen Stadt und wieder aufs Land. Wobei ich mich jetzt nicht unbedingt aufs, ja ich will nicht sagen, aufs Wandern freue. Ne, ist schon cool draußen aus der großen Stadt. Wir sind aber weniger Toy-Shops. Das muss man immer mal sagen. Aber trotzdem, wir haben schon ein gutes, einen guten, guten Rangeharten gemacht hier. Der Ultimate Player of the Crybabies genannt. Ja, wie gesagt, du würdest genauso weinen und weißt du auch warum, wenn ich hier sehe, was hier tagtäglich an Wrestling-Stuff so rumsteht? Oh ja. Und du darfst ihn nicht mitnehmen, weil du bist nicht hier, mein Freund. Und sollte es noch irgendwelche Unstimmigkeiten geben, ich kann nur eins sagen, Toyplotion 2 kommt, da werden wir das Ganze klären. Ich habe ja an sich eine Idee, wie wir eigentlich klären könnten, ein für alle Mal, wer jetzt hier King of the Ring ist. Das Problem ist, ich bräuchte dafür einen Fernseher und einen Nintendo 64. Mein Freund, ganz ehrlich, dann hast du dein erstes Nahtoderlebnis in diesem Jahr. Mal gucken, ob das irgendwie vielleicht noch machbar ist oder machbar wäre, keine Ahnung. Und Ronny, ich muss dich korrigieren, 2000 Aufrufe für dieses Video mit dem Bronto. Das ist schon Schnee von gestern. Hängt nur Null dran. Nee, das nicht, aber gucke jetzt noch mal rein. Die Folge hat deutlich, deutlich mehr Aufrufe und Hammer. Und wir kriegen auch schon wieder den nächsten Kommentar. Erstmal Grüße an den Markus Zell aus Hessen, aus eurer Wahlheimat. Aus der Hesse. Ja, sehr schön. Warte, ich klicke das mal rüber. Alex hat immer den besseren Überblick hier über die Kommentare. Ich bin immer derjenige, der... Ich habe noch dicke Klüsen vom Aufstehen. Ja, Moin, Moin, aus dem Norden heißt es hier. Grüße gehen raus. Was sagen wir eigentlich? Moin. Aus dem Wilden Westen gehen zurück. Grüße gehen raus aus dem Wilden Westen Richtung Hessen. Nee, Richtung Norden in Deutschland. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass einige von euch es hier in den Live-Chat gefunden haben. Ich weiß gar nicht so richtig, wie wir das Gespräch am Laufen halten. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch vielleicht mal mit ein paar Pickups beginnen. Schon mal ein bisschen vor Pickupen. Genau, dass ihr mal sehen könnt, was es denn hier so zu kaufen gibt, zu erwerben gibt, zu handen gibt. Zu handen. Übrigens, kleiner Funfact, wann immer wir in irgendwelchen Shops waren und mit den Inhabern von den Läden gesprochen hatten, wollten natürlich auch wissen, wie wir heißen, wie unser Kanal heißt und dergleichen. Und die haben sich alle ganz schön einen abgemüht, wenn es darum geht, Spielzeugjäger auszusprechen. Ich glaube, am schwierigsten war dieses Spielzeug. Dieser Zischlaut, ja. Ja, genau, dieses Spiel, da tun sich viele ganz, ganz schwer. Klingt auf jeden Fall sehr lustig. Im Nachhinein betrachtet hätte man davon mal eine Art Best-of zusammenschneiden müssen. Eigentlich ja. Und das Ganze mal irgendwie festhalten. Naja, Martin, ich würde sagen, fang mal an mit etwas, das du in einem ganz normalen Target-Markt gekauft hast. Zum Beispiel dieses T-Shirt hier. Okay, jetzt ist die Frage, reicht euch das? Reicht euch das, wenn der Martin ein T-Shirt zeigt? Oder wollt ihr vielleicht doch ein paar coole Toys sehen? Ich denke mal mehr, coole Toys. Dann über, genau, das, was mich überrascht, ich hatte eine Liste gehabt, was ich mir aus Targets, Wormarts und allen möglichen Sachen so kaufen werde oder kaufen möchte. Und da stand eine Toiline ganz, ganz weit oben, nämlich die neue Toiline zu einem Flash-Gordon-Film. Und das sind die Film-Akkuraten-Figuren. Weil es gibt ja schon Flash-Gordon-Figuren. Ich habe ja beim letzten Mal USA-Urlaub, habe ich mir dieses Doppelpack gekauft von Flash Gordon, also von Flash und Ming. Das waren aber nicht die Film-Akkuraten. Die hatten zwar die akkuraten Kostüme an aus dem Film, aber es waren nicht die Head-Skypeds und die Körper, waren halt eben noch alle so superheldenmäßig gewesen, also noch nicht original. Und jetzt haben sie eine neue Toiline rausgemacht. Ich weiß, die gibt es auch in Deutschland, aber ich wollte sie halt eben gerne in Amerika aus dem Target oder aus dem Wormarkt haben. Und sie hatten sie. Ihr habt es ja bestimmt, wenn ihr unsere Reels und unsere Shorts und weiß der Fuchs alles da begleitet habt, dann habt ihr schon mal gesehen, dass es die gibt. Und ich war eigentlich, ich hatte andere Figuren schon gekauft gehabt. Und Alex meinte dann so, hier, guck mal, da gibt es Flash-Gordon-Figuren. Geile Sache. Und ich habe euch mal hier den Prinz Wulthan mitgebracht. Finde ich eine richtig, richtig geile Figur. Die ist super gemacht, super umgesetzt. Ich habe mir den einmal zum Auspacken mitgenommen, beziehungsweise gekauft. Und einmal nochmal verpackt mit einer guten Packung, weil in den Märkten ist das immer so, also so richtig Toy-Hunter-Mäder. Du musst halt echt Glück haben, dass du noch Figuren hast, die halt noch richtig tipi-tipi-toppi in Ordnung sind. Die meisten sind natürlich dann, weil du durch das Hin- und Herschieben und Rummuscheln da und so. Ja, genau, der ist das manchmal ohne System da so ein bisschen eingeräumt. Aber wie gesagt, den habe ich mir zweimal gekauft, weil ich möchte eigentlich nochmal ein Autogramm haben von, wie heißt der? Brian Blessed, der Schauspieler von Wulthan. Und dann wäre natürlich geil, wenn das dann auf der Figur, beziehungsweise wie hier drin oder sowas macht, das wäre ganz geil. Ja, das war mein überraschender, beziehungsweise coolster Pick-up aus dem Target oder aus dem Walmart. Ich weiß gar nicht mehr, was weiß ich. Ich würde mal ganz kurz nochmal in den Live-Chat reingehen. Es haben sich ein paar Leute dazugesellt. Der RitziBlitz, Grüße gehen auch raus an dich. Ja, so ist der Name. Dann ein kleiner Fun-Fact. Der Rob hat dir eine Live-Chat geschrieben und für ihn fühlt sich der Live-Stream so an, als wäre er wirklich live dabei. Das Ganze liegt daran, dieser gute Mann sitzt nämlich da hinten am Frühstückstisch, direkt neben der Freundin vom Kameramann, der guten Kerstin. Und dann grüße ich noch den Dr. John, den Namensvetter Alex Hoflicht natürlich. Ach hier, er hat es schon geschrieben. Flash. Ah! Den Flowrider grüße ich natürlich auch. Den Mitch, den Markus Sell hatte ich ja schon erwähnt. Genau. Ja, Mitch, natürlich haben wir Schnapper gemacht. Also du kannst ja nochmal ganz kurz... Thema Schnapper. Ich habe jetzt noch keinen Pick-up gezeigt. Hol mal den K raus. Und dann sag mal dem Mitch, dass er so eine Art Referenz hat, was hier ein Schnapper sein kann. Genau. Also das hier, dieses Hot Wheel, das ist ein Real Rider Car, habe ich im Frank & Sons, in einem dieser Boxen, wir erzählen gleich nochmal über Frank & Sons, gekauft. Und den habe ich gekriegt für 20 Dollar. Das ist echt, das ist ein mega Schnapper, weil den Car in der Verpackung, in diesen Movie-Verpackungen, kriegst du in Deutschland. Also ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren für 50 Euro mal angeboten bekommen. Also bezahlst du jetzt mittlerweile bestimmt 60, 70, vielleicht sogar noch mehr für diesen Car. Und der Typ wusste wahrscheinlich nicht so richtig, was er da hat. Der hatte nur irgendwie Super-Toscher-Hands und weiß der Fuchs alles. Und ja, hier so ein Car, cooles Auto. Ich so, alles klar. Was sitzt du abends? 20 Dollar? Ich so, nehmen, mitnehmen. Also das war wirklich ein richtig, richtig geiler Schnapper. Der gute Ronny lässt noch den Kameramann grüßen. Der sitzt direkt ja dahinter. Er winkt gerade zurück. Ich gebe mal das Gewinke zurück. Sehr schön, der BitBandit hat auch einen so gehalten in den Live-Chat. Er nennt uns die American Brothers. Das wäre ein guter Tag-Team-Name, wenn wir das nächste Mal in einem Handicap-Match dem Ultimate-Player eins auf die Mütze geben und ihn, wie gesagt, zum Ultimate-Loser machen. Wie gesagt, letztes Jahr, keine Ahnung, wie du es geschafft hast. Ja, der hat es einfach über den Tisch gezogen. Ja, ich denke mal, der hat mit Vince McMahon irgendwie nochmal gesprochen, Bestechungsgelder, dass die Story umgeschrieben wurde und wir letzten Endes als Verlierer dann deklariert waren. Aber das wird sich jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall ändern. Das Blatt wird sich wenden. Marlo, Grüße, gehen zurück in die Heimat. Ich sage nur Zoll. Ach so, ja. Das müssen wir auch nochmal ganz kurz festhalten. Also, es wirkt natürlich so, als hätten wir einen halben Target-Markt leer gekauft. Dem ist jetzt nicht so. Man muss dazu sagen, auch vom Platz her, viele haben ja auch gefragt, wie kriegt ihr das denn überhaupt alles mit nach Hause? Ich kann jetzt für mich sagen, das meiste von dem, was ich gekauft habe, wird sowieso ausgepackt. Und in der Regel habe ich jetzt auch relativ viele Hot Wheels gekauft oder eben kleine Figürchen, die aktuell sind. Und wenn ich das jetzt auspacke, dann habe ich ja bei weitem nicht das Platzproblem, was ich sonst habe. Und ich kann jetzt für mich sprechen und auch für den Martin. Als wir hier angereist sind, war es eigentlich so, dass eine Hälfte im Koffer bepackt war mit Klamotten und dergleichen und die andere Hälfte war komplett leer. Das heißt, wir haben da schon relativ viel Staufläche, wie wir das reinbekommen. Dann ist es ja so, wir haben immer noch einen kleinen Rucksack dabei, da kann Zeug noch rein und ihr habt natürlich dieses obligatorische Handgepäck. Und wir haben jetzt letztens auch im Inlandsflug von Texas nach Kalifornien gesehen, was die Leute da teilweise als Handgepäck durchkriegen. Und da passt ja gefühlt auch nochmal, keine Ahnung, eine halbe Warenladung an Toys rein. Also das ist alles ganz entspannt. Das klingt erstmal alles viel schlimmer, als das ist. Also das ist praktisch unsere Limitierung. Der Koffer ist unsere Limitierung plus unser Handgepäck, das, was wir da reinkriegen. Ins Handgepäck packen wir an die Sachen, die wir nicht auspacken, damit wir die einfach haben, damit die nicht im Koffer irgendwie rumfliegen oder kaputt gehen. Und in Sachen Zoll, ja, wir schreiben uns alles auf beziehungsweise wir haben die ganzen Quittungen dafür, für die Sachen, die wir gekauft haben. Und wenn wir über das Limit kommen, dann verkaufen wir die Sachen an unsere Mitreisenden, ja, dann kaufen die das und nehmen die das mit nach Deutschland wieder zurück. Genau, also wir schieben dann untereinander die Toys hin und her. Mitch, deine Nachricht hatte ich gesehen, ich muss dazu sagen, Mitch, du bist jetzt nicht der Einzige, der gefragt hat, könnt ihr uns irgendwas aus den USA mitbringen? Wir müssen da nochmal an der Stelle sagen, wenn wir wirklich da auf jeden Mund eingehen würden, dann bräuchten wir uns selber gar nichts kaufen. Das ist nicht bös gemeint. Ich weiß, das ist alles super spannend. Ihr seht ja auch in den Shorts, in den Reels oder auch später in den Pickup-Folgen, was es so alles an Stuff gab. Aber letztendlich, so hart es klingt, müssen wir sagen, ey Leute, wenn ihr hier irgendwie Schnapper machen wollt, dann versucht irgendwie selber in die USA zu fliegen. Das Problem ist halt auch, die Frage ist, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und du kannst es nie allen recht machen. Also das Einzige, worauf ich jetzt eingehen werde, eine gute Freundin hat nämlich gefragt, ob ich einen Schokoriegel mitbringe für ihren Neffen, weil der irgendwie bald Geburtstag hat. Das ist jetzt noch im Rahmen. Aber letztendlich, wenn auch irgendwie was schief geht und auch jetzt gestern, nee vorgestern zum Beispiel, als wir im Frank & Sons waren, ihr dürft ja auch nicht vergessen, diese ganzen Läden, die wir betreten, das ist ja auch für uns Reizüberflut. Und wenn wir dann noch gedanklich jedes Mal irgendeine Liste im Hinterkopf behalten müssen, weil der oder die noch das oder das haben möchten, das funktioniert einfach nicht. Wir müssen ja selber manchmal klarkommen. Und ich kann jetzt nur sagen, zum Thema Frank & Sons, wir sind da zwar durchgegangen, wir haben auch gefilmt. Ja, ich habe auch etwas gekauft, aber ich habe auch zu Martin gesagt danach, ich muss das mal irgendwie an die frische Luft, ich muss das mal wieder klarkommen. Das ist einfach kein Vergleich, es irgendwie mal auf YouTube zu sehen oder halt selber da zu sein und dann diese volle Ladung zu bekommen. Man hat ja dann, wir gehen ja durch den Laden auch mit dem Hintergedanken, dass das was Vernünftiges abliefern können für den Kanal, also für euch dann, um euch den Laden halt irgendwie zu zeigen. Und das hast du im Hinterkopf und dann guckst du ja selber noch und bist dann selber irgendwie noch überwältigt. Wo wir in den einen Hotfields-Boxen drin waren, der Kameramann meinte schon mit der hier, zack, zack, weiter. Wir haben uns ein Zeitlimit gesetzt gehabt, wo wir sagen, hier, bis dahin, dann bleiben wir in dem Laden und dann war es das halt. Und da muss man auch ein bisschen weit machen, weil der ist halt echt, also dann gehen wir gleich mal auf Frank & Sons ein, weil das ist so die frischeste Erfahrung, die wir haben mit Toy-Shops in den USA. Also ich muss, Heiko hat mir den Tipp gegeben zum Frank & Sons, ich bin nie drauf gekommen irgendwie auf den Frank & Sons und er meinte so mit, ja, warte jetzt schon mal an Frank & Sons. Ich so, das ist Frank & Sons und dann hat er mir das erzählt und dann habe ich es alles erzählt und dann war das Gesetz gewesen. Das war echt mega wichtig, dass ich da hinfahre. Leider ist es an dem Tag, wo wir hergekommen sind, am Mittwoch, die haben nicht immer offen, die haben mittwochs offen und Samstag und Sonntag haben die offen und Mittwochs hat er leider nicht mehr geschafft und ich war echt, ich war traurig, ich war sauer, ich war irgendwie alles, alle Emotionen waren irgendwie in mir gewesen und wir hätten es dann vielleicht irgendwie nochmal für eine Stunde oder so geschafft, aber Leute, wenn ihr da hinfahren solltet in diesen Frank & Sons, Stunde reicht definitiv nicht. Wir waren jetzt vier Stunden, über vier Stunden da gewesen und das hat auch noch nicht gereicht. Also da müsste echt, also eigentlich müsste man sich da den ganzen Tag einplanen und das Gute ist auch, man kann den ganzen Tag verbringen, weil es gibt nicht Futter, man kann dort essen, man kann dort chillen. Irgendwelche Spiele spielen und irgendwelche Roboter gegeneinander antreten lassen in einer Art Kampfarena. Ganz kurz, ich muss mal darauf eingehen, weil ich mich freue, dass das jemand erkannt hat, der, ich hoffe, richtig ausgesprochen, Zinke Juub oder keine Ahnung, wie man es ausspricht, du hast gesagt oder geschrieben, geile Hose, ja, da muss ich kurz sagen, das ist einer meiner besten Käufe in diesem Urlaub bisher, habe ich im Walmart gekauft, gibt es in verschiedenen Größen, unterschiedlichste Motive, aber es gibt eben auch Freitag der 13. Das ist meine neue Ich-fühle-mich-wohl-zu-hause-Hose. Das einzige Problem ist, es ist jetzt eine Größe S, aber ich muss sie noch etwas kürzen lassen, da ich ja vom, ja, du bist ein bisschen geschrumpft, vom Schöpfer wurde ich ja nur mit 1,66 m gesegnet und deswegen passe ich meistens in die Hosen nie so ganz rein. So klein bist du? Ich bin nicht sehr groß, ja. Jedenfalls trotzdem schöne Hose, angenehm zu tragen und es ist ja, wie gesagt, meine Lieblings-Slasher-Reihe, wir haben im Urlaub in Texas auch schon einen Freitag der 13. Teil geguckt und der gute Rob, den ich vorhin ja aus dem Live-Chat erwähnte, der ja einer unserer Reisebegleiter ist, ihm zuliebe werden wir auch noch demnächst den sechsten Teil aus der Reihe gucken und das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, ich glaube, auf den letzten Reisen hatten wir immer irgendwie einen Minimum einen Freitag der 13. Teil geguckt und das werden wir auch tun. Deswegen, ich kann es nur sagen, selbst im Walmart hier in den USA kriegt ihr den geilen Scheiß und da ich gerade im Walmart bin, Hot Wheels sind ja momentan bei mir so hoch im Kurs, also Hot Wheels könnte ich mich dumm und dämlich kaufen und der gute Kameramann musste eine Pinkelpause machen, als wir auf dem Weg zur Sonnenfinsternis waren, die hatten wir ja auch mitgenommen und ich hatte so einen Walmart mal wieder am Vorbeifahren gesehen und dachte so, oh Gott, ich würde gerne da wieder rein. Ich möchte eigentlich in jeden Walmart, den wir sehen und in jedem Target und bei diesem Walmart war irgendwie Gedankenübertragung. Ich wäre gerne hin, wusste aber, wir wollen eigentlich zur Sonnenfinsternis und der gute Kameramann hatte wie wir alle Zeitdruck, er musste aber auch gleichzeitig auf die Toilette. Also ist er dort angehalten und hat gesagt, ihr habt zehn Minuten, ich gehe auf die Toilette, ihr rennt zu der Teuerabteilung, wenn ihr was findet, kauft es und dann treffen wir uns vorne und ich gehe da rein und die haben echt leider nur einmal, aber immerhin diesen schwarzen, rattenscharfen Nissan Skyline gehabt, der stand auch oben auf meiner Liste und in Deutschland ist der, ich weiß gar nicht, ob der schon rausgekommen ist, aber ich weiß, der wird sofort vergriffen sein und dann kann ich den für den dreifachen Preis irgendwann auf Ebay Kleinanzeigen und Co. oder auf irgendwelchen Sammelbörsen mir kaufen und ich habe den jetzt hier gekriegt für, ja, sieben Dollar. Mega, mega geil. Das fühlt sich heute, Alex. Darf ich kurz mal im Flow bleiben? Ja, ja, Flo. Dann waren wir ja hier in Los Angeles auch in einem ultrakrassen Hot Wheels-Laden. Ja, der war cool. Habt ihr ja vielleicht in den Reels und Shorts gesehen. Ich bin Alex schön überrascht. Boah, das war der Oberkracher der Laden, dieser, bis an die Decke voll mit Hot Wheels und da habe ich mir einen super Treasure Hunt gekauft für eine 30 Dollar und den hatte ich auch schon lange auf der Liste. Es ist ein 2020er Jaguar F-Type. Super, super schönes Modell. Ich weiß noch nicht, ob ich den auspacke, aber ich glaube, ich lasse ihn verpackt. Der kommt höchstens nur noch in einen Slice-Button-Case und dann stelle ich ihn mir hin. Aber für 30 Dollar einen super Treasure Hunt zu kriegen, der Oberkracher. Dann, wie gesagt, Franken-Suns waren wir vorgestern gewesen. Nur mal als Referenz nochmal, stellt euch vor, die irgendeine German Comic Con hat quasi das ganze Jahr über geöffnet. Eine riesige Halle und das ist alles voll mit Toils, äh, mit Toils, sag ich schon, mit Toys und mit irgendwelchen Collectibles und so groß, so beeindruckend war diese ganze Sache, als wir dort in Franken-Suns waren. Und ich habe da auch etwas gefunden, das ich bestimmt ein halbes Jahr schon mir gewünscht habe. Einen Chase von diesem geilen Mercedes-Benz 500E. Für die, die es nicht wissen, es gibt immer zu jeder Wave bei den Rearider-Premium-Modellen von Hot Wheels gibt es hin und wieder ein Modell, das ist hier im Hintergrund, man sieht es, diesen silbernen Mercedes, das ist eigentlich die reguläre Version und von diesem silbernen Mercedes gibt es auch eine Art schwarze Edition, die ist dann mit der Nummer 0 von 5 deklariert und im komplett schwarzen Design. Die sind auch ganz, ganz selten mit im Shipping Case. Wenn ihr einen findet, habt ihr Glück, wenn ihr den auf Sammelbörsen und so kaufen möchtet, dann sind die natürlich deutlich teurer, weil es halt, ja, limitierte Versionen von gängigen Premium-Modellen sind. Und ich habe den guten hier für 50 Dollar bekommen, da musste ich zuschlagen, der Oberhammer, Oberhammer. Der Kameramann sagt, wir sollen mal ganz kurz in den Chat zurückschauen. Warte, nein, ja doch, eigentlich stimmt, warte, hat recht. Ja, wir packen aus den Plunder, Junge. Ja, nicht alles, nicht alles. Also ich habe jetzt die Hot Wheels, die ich vorgestellt habe, die werden nicht ausgepackt. Grüße gehen raus an Toys & Builds. Ja, Mitch, auf der Toyplosion kann es gut möglich sein. Ich meine, letzten Endes, die Italiener zum Beispiel, die letztes Jahr da waren, die hatten ja den Oberstuff da eigentlich mit dabei. Vielleicht haben die noch mehr dieses Jahr dabei, dann hast du vielleicht Glück, dass du da das findest, was du suchst. Ja, die Autos, klar, sind die richtig, richtig gut. Also ich freue mich da total. Es ist auch noch nicht alles, was wir gefunden haben. Wir haben auch festgestellt, es gibt hier so einige Hot Wheels Lines, die es bei uns in Deutschland gar nicht gibt. Ich habe mir aber auch etwas Vintage gekauft. Und zwar, ganz kurz nochmal, ganz kurz nochmal, der, 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 der Ronny hat nochmal geschickt, die Frage, wieder unser US-Trip geplant ist. Ob wir es noch ein bisschen mehr, ja, wir werden auf alle Fälle, das ist unser erstes, unser erster Livestream. Wir machen auf alle Fälle noch eine, eine Pick-Up-Folge, die kommt dann noch später raus, also ordentlich, wo wir euch praktisch alles zeigen, was wir hier in den USA gekauft haben. Ihr werdet jeden Tag mit einem Short, mindestens ein Short wird drin sein, wo wir zeigen einfach, was wir, was wir gemacht haben an dem Tag. Wir holen noch ein paar Reels rein, also bei Instagram sind wir auf alle Fälle gut vertreten. Für die, für Dallas Vintage Toys und für Frank & Sons wird es nochmal eine extra Folge geben. Wir haben jetzt Videomaterial, das muss dann bloß geschnitten werden. Die Frank & Sons Folge wird auch richtig lang werden. die wird richtig lang werden. Da werden wir wahrscheinlich sogar das irgendwie aufsplitten, weil einerseits der Rundgang dann zu sehen sein soll mit all den Sachen, die es dort gab oder gibt und natürlich hatten wir, da du einfach auf die Leute zugehst und sie ansprichst, hatten wir das Glück, wir waren exklusiv hinter den Kulissen im privaten Man Cave vom Frank, also dem Namensgeber von Frank & Sons. Der ist ja weit über 70 gewesen, total cooler Dude. Der hat uns da mit seiner typisch Ami-lastigen Ruhe mitgenommen. Wir sind da mit einem Fahrstuhl, wo nur die Employees eigentlich hin dürften, hoch in sein Toy-Archiv und Sammelarchiv gefahren. War super schön und selbst das kann ja an sich auch nochmal in eine separate Folge gepackt werden. Echt cooler Typ. Genau, also insofern, das wird unser USA-Trip, sag ich mal, präsentiert werden dann. Marlo, ja, mit den Hot Wheels, also ich kann dir sagen, wenn du in den USA wärst und da reichen ja, wie gesagt, schon die Tages- und Walmarts, alter Falter, das ist so krass, was die haben. Man muss dazu sagen, da bin ich etwas desillusioniert. Martin hat mich ja am Anfang immer so richtig heiß gemacht, hat gesagt, wir werden da einen super Treasure Hunt in freier Wildbahn finden. Ich hoffe es, vielleicht finden wir noch einen. Pusteblume. Also in der Regel, was man ganz klar sagen kann, jeder Walmart, jeder Target, der in der Großstadt ist, die sind in der Regel alle hart abgegrast. Auf jeden Fall, was das Thema Hot Wheels anbelangt. Mit den Action-Figuren, da sieht es schon besser aus, also gerade so diese Retro-Line von Mattel für die Wrestling-Stars hier, wo ich zum Beispiel auch meinen Ben-Ben-Begelow gekauft habe, da habe ich jetzt den Eindruck gehabt, die gibt es schon relativ häufig. Auch Doink und Andre the Giant haben wir ja zuhauf gesehen. Shawn Michaels, Scott Hall, Kevin Nash, also diese ganzen Figuren gibt es momentan da in Hülle und Fülle. Hot Wheels ist dann wirklich schwer. Ich glaube, die Amis sind noch krasser unterwegs, wesentlich krasser unterwegs, was Hot Wheels anbelangt. Aber an Dallas Vintage Toys habe ich mir auch noch einen kleinen Vintage-Traum erfüllt, und zwar den guten, wie hieß er gleich, Grimskull, genau. Den habe ich auch schon zu Hause. Leider hat der einen Makel, der ist quasi falsch produziert, der hat zweimal das linke Arm gelenkt. Das heißt, hier kann ich den Arm so bewegen, aber dadurch, dass das linke Gelenk auch am rechten Arm ist, kann ich den Arm irgendwie nur so bewegen. Es sieht halt scheiße aus, und deswegen wollte ich den unbedingt noch mal zum Auspacken. Grüße gehen noch mal raus an dich, Marte. Ja, ich werde diese Vintage-Figur auspacken, und dann wird der meinen, ja, fehlerhaften Grimskull ersetzen, und den habe ich jetzt in Dallas Vintage Toys für 19 Dollar gekauft. Weißt du, was wir machen? Wir werden mal den Marte einfach mal kopieren. Wir machen mal genau so ein Video, wie der Marte Videos macht. Soll ich den jetzt einfach aufreißen? Nee, jetzt nicht. Wir machen ein extra Auspackvideo im Stil von Marte. Und wir gedenken dann den Marte. Schöne Grüße gehen raus an den Micha, alter Schulkamerad. Geil, dass du dabei bist. Freue ich mich. Hier, ich liebe eure Shorts, besonders die, die Martin gerade anhat. Toys and Builds hat das geschrien. Ich bin halt ihr im absoluten Amerika-Feeling. Also ich bin derjenige, der hier alles hochhält, der jeden früh rausgeht, die Nationalhymne singt, die Hand auf die Brust legt. Oh, Grüße gehen raus an den Falk von Modellautos Dresden. Ja, er hat es mir gerade bestätigt. Der Skyline wird abgehen, wie Schmitz Katze, sagt man ja so schön. Und er hat mich gerade noch darauf hingewiesen. Er ist noch nicht erhältlich in Deutschland, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Aber ich muss auch sagen, die neuen Karten von den Premium-Modellen, hier dieses gelb gehaltene Dekor mit diesem schwarzen Balken um, und ich finde, das sieht schon sehr, sehr fesch aus. Dir gefällt das ja auch richtig gut. Ich finde das richtig gut aus. Ja. Es ist schön so retro-mäßig. Das ist noch meine Challenge, habe ich schon mit Martin gesagt. Ich würde den gerne noch ein zweites Mal jetzt in den USA finden. Drückt uns also die Daumen, wenn es dann Richtung Yosemite Park geht, dass wir dann in den ländlicheren Gegenden einfach mehr Glück haben, dass wir bei den Walmarts und Targets nochmal dieses Modell abgreifen können. Die sind dann nicht so abgegrast, die Targets. Alex, ich habe dir gesagt, wir finden den nochmal zweimal. Und? Was kannst du bis jetzt immer sagen? Martin hat immer recht gehabt. Also wir haben wirklich die Sachen gefunden. Wie gesagt, er ist nur einmal da, selbst wenn ich nur einmal mit ihm nach Hause fliege, ist an sich erstmal auch in Ordnung, weil ich habe ihn. Und das, ja, deswegen, muss ich echt sagen, geiler Scheiß. Und ich meine, ey, wir haben bisher keinen Super Treasure Hunt in freier Wildbahn gefunden. Aber ich fahre, Leute, ich fahre mit drei Super Treasure Hunts auf jeden Fall nach Hause. Das ist ja nur einer davon. Und klar, habe ich natürlich mehr bezahlt, Sammelpreise, aber das sind immer noch richtig gute Preise. Immer noch in Ordnung. Und ich möchte auch denjenigen sehen, der diesen Mercedes für 50 Euro in Deutschland anbietet. Also, das sind 50 Dollar. Sind ja keine 50 Euro, sind ja weniger. Ein Dollar ist ja hier schwach. Dann mache ich einfach mal weiter, weil du ja schon von Dennis Vintage Toys erzählt hast, mit deiner Figur. Alex, wie fandest du jetzt Dennis Vintage Toys so im Rückblick? Ja, wir werden ja noch mal eine Folge rausbringen. Also, Dennis Vintage Toys, glaube ich, ist für Leute, die auf Grading, auf Turtles, vor allem auf Star Wars, die Vintage-Line stehen, wird das wahrscheinlich so das Paradies schlechthin sein. Ich selber kann jetzt sagen, der Shop war cool. Die Leute sind ultra nett, also super, super freundlich. Das ist ja auch so, wenn ihr was nicht im Regal seht, könnt ihr die Leute trotzdem ansprechen und dann gehen die ins Archiv hinten ins Lager, gucken und wenn die das haben, dann könnt ihr das auch mitnehmen. Die sind auch da wirklich gewillt, dir zu helfen und sind sogar direkt mit traurig, wenn du nicht irgendwie das findest, was du vielleicht suchst. Deswegen, ich habe jetzt außer einen Sagitar Misp von der He-Man, The New Adventures Toyline im gegradeten Zustand, habe ich jetzt nichts gesehen an New Adventures. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich hatte dann auch mit einem Mitarbeiter gesprochen. Er hatte noch etwas auch im Lager gehabt. Allerdings war das nichts, was ich noch gesucht hatte. Das heißt, insgesamt war für mich jetzt nicht so viel zu entdecken. Ich hatte auf einige Wrestling-Figuren von der Eli-Series von Mattel gehofft. Allen voran einen schönen Macho Man und auch einen Kane habe die jetzt aber nicht gefunden. Und ja, deswegen, klar, ich habe jetzt meinen Grimmskull gefunden, das ist auch in Ordnung. Ich habe dann noch ein anderes Item gekauft, was ich euch dann später noch zeigen werde. Aber alles in allem bin ich jetzt nicht so auf meine Kosten gekommen. Und der Laden ist auch deutlich kleiner, als er, finde ich, in Social Media wirkt. Ja, fand ich auch. Also ich habe gedacht, irgendwie das ist viel größer, aber es ist unscheinbar. Und von außen, total schlicht, von außen habt ihr eine schwarze Glasfassadenfront und da steht dann nur in einem Schriftzug drauf Dallas Vintage Toys. Dallas Vintage Toys. Ganz unheimbar. Ohne fancy Sterne und keine Ahnung, 80er Jahre Dekor mit irgendwelchen Stripes und dergleichen. Ganz schlicht, sieht eigentlich aus wie ein Büroraum. Ja, Alex meinte, da geht's rein. Er so, nee, das ist ja nicht der Eingang. Alex ist noch rumgerannt ums Gebäude irgendwie, hat den Eingang gesucht. Ich so, nee, da geht's rein. Alle Scheiben getönt, du siehst auch nichts von außen. Erst wenn du die Tür öffnest und sie sieht irgendwie immer abgeschlossen aus, das ist eine ganz schmale Tür nur, kommt hier rein, bumm, Riesengewusel, laute 80er Jahre Musik. Die Musik war übrigens sehr geil. Auch der Kameramann, der ist gefühlt so die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, weil da der ganze schöne Stuff aus den 80ern lief. Ja. Richtig geil. Also sehe ich genauso. Ich fand Dallas Vintage Toys auch sehr cool, also auch sehr ansprechend. Also da ich das ja, man geht ja in diesen Reading Raum durch das durch das Internia Tor und so, das war schon ganz geil gewesen. Das war wirklich schön. Und im Internia Team soll ich so sagen. Dallas Vintage Toys habe ich einen überraschenden Kauf gemacht, getätigt, animiert, beziehungsweise angestiftet vom Kameramann und von Alex. Ja, absolut. Und zwar dieser wunderschöne Playmates Maschinenraum, den hatte ich immer schon, den habe ich schon auf der Liste, beziehungsweise den will ich auch noch haben, jetzt habe ich ihn ja, und den gab es dafür für 30 Dollar und normal kriegt man den um die 50, sage ich mal, aufwärts verpackt, der ist noch miss und der sieht die Packung sieht auch noch ganz gut aus, also hat zwar ein paar kleinere Schramm und ein paar kleinere... Ja, aber der sieht jetzt schon Hammer aus, wenn der noch sauber gemacht ist... Genau, der ist auf alle Fälle tippitoppi, auf alle Fälle so schön, dass man sich den in den Regal stellen kann und für 30 Euro konnte ich ihn einfach nicht stehen lassen und habe den... Du sagst nochmal den Preis... 30 Dollar, das ist... 29,99... Geiler Kauf und ich habe mir noch ein bisschen mehr gekauft beim Dallas Vintage Toys, aber das seht ihr später in der Pick-Up-Folge. Hoflicht ganz kurz, ja, man kann es als Variante betrachten, den Grimmskull, aber mich nervt das halt, dadurch, dass das falsche Armgelenk am rechten Arm ist, kann ich ihn halt nicht in die Pose bringen, wie ich möchte. Das heißt, diese Waffe, dieser lange Stab, den er hat, der ragt relativ weit in das Fach der Vitrine rein und es ist fast schon so, als würde er die anderen Figuren dadurch vor sich her scheuchen und das sieht halt scheiße aus und ich hätte ihn gerne angewinkelt und das kann ich mit der Figur machen. Vielleicht behalte ich den makelbehafteten Grimmskull auch oder ich... Es ist schon eine Variante, ist schon richtig. Ja, aber wenn du Interesse hast, schreib mich gerne an, da können wir bestimmt noch mal irgendwie, ja, vielleicht einen Konsens finden. Ansonsten... Für einen horrenden Bucherpreis gibt er ihn ab. Ansonsten, was haben wir noch an Fragen hier gehabt? Ach so, was der Sagittar kosten sollte, möchte der Alex wissen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Wir haben ihn nicht gefragt. Ich kann mich ganz schämhaft noch an Ebay, weil Dennis Vintage Toys, die sind ja auch im Internet mit ihrem Shop vertreten. Ich glaube, es waren 800 Dollar oder so, also es ist schon relativ teuer, weil dieses... Das ist ja das, was mich am Grading stört. Das sieht halt auch schön aus, aber du kannst das nie aus dem Case rausnehmen, weil es halt versiegelt ist und nur weil es gegradet ist, ist es dann exorbitant teurer. Also das ist halt... Man zahlt halt für die Bewertung, also für die Einschätzung von einer Autorität, der allen vertrauen. Ist ja AFA gegradet oder in Europa ist ja UK Grader so die Grader, die da voranschreiten. Es gibt auch einen deutschen Grader, aber die müssen sich halt etablieren. Es ist halt, man muss dem Urteilsvermögen dieser Firma oder diesen Leuten halt vertrauen. Das ist genau das, was AFA halt macht beziehungsweise schon seit Jahrzehnten macht irgendwie. Und in Amerika ist halt auch so Grading-Sachen oder... Also gegradete Sachen beziehungsweise bewertete Sachen sind halt wie so eine Geldanlage beziehungsweise das ist halt... Ja, das ist halt... Damit kannst du bezahlen. Damit kannst du... Die kaufst du dir, legst du sie zurück und wenn du irgendwie mal Geldprobleme hast, kannst du die verkaufen, weil nämlich der Zustand ja eindeutig beschrieben ist. Und dann wissen alle, wenn das irgendwie ein AFA 85 ist, wissen alle, was ein AFA 85 ist irgendwie. Das ist halt der ganze Gag an der Sache. Ansonsten, was haben wir noch hier stehen? Der gute Ronny möchte nochmal wissen, was wir noch auf der Liste haben. Also wie gesagt, ich hätte gerne diesen Skyline noch ein zweites Mal. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, es stehen vielleicht noch ein oder zwei Vintage-Shops an, die wir besuchen. Unter anderem der Bed Cave in Santa Rose. Blast from the Past gibt es ja auch noch hier in L.A. Mal gucken. Wir wissen es nicht. Letztendlich sind wir sechs Leute. Wir müssen irgendwie auch alle einen Konsens finden, dass jeder auf seine Kosten kommt im Urlaub. Ich habe mehr oder weniger meinen Frieden damit geschlossen, dass ich jetzt hier nichts mit New Adventures bekomme. Und deswegen ist mein Hauptfokus eher noch ein bisschen auf die Hot Wheels gelegt. Es gibt eine Sache, die mir noch echt wichtig wäre und zwar gibt es ein Target Exclusive und zwar hat die Firma Jada Toys zu Street Fighter, zu der ganz klassischen Super Street Fighter Reihe von Super Nintendo aus den 90ern, gibt es Figuren. Die wurden jetzt rausgebracht und den M. Bison, das ist ja mein Lieblingscharakter aus der Street Fighter Reihe, den gibt es als Target Exclusive für glaube ich 30 Dollar oder so. Der war bisher immer vergriffen, wenn wir jetzt in einem Target waren und ich habe noch die Hoffnung, dass ich ihn irgendwo noch finde. Dann muss ich sagen, wenn ich diesen Skyline noch einmal kriege und diesen Bison, dann hätte ich meinen Frieden eigentlich geschlossen. Dann würde ich sagen, dann fährst du nach Hause. Ja, naja, das nicht, aber zumindest was so das Toy Collecting anbelangt, das Hunting, damit wäre ich dann eigentlich fein. Also da, das ist so meine, ja, meine To-Do-Liste noch. Ja, mal gucken. Ja, ich habe noch ein, auch ein Target Exclusive. Es gibt den Darth Maul in dieser Holo-Dingsbums-Variante. Gibt es nur am Target oder soll es nur am Target geben. Habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Hoffe ich mal, dass ich den noch vielleicht noch kriege. Das wäre ganz cool. Und was natürlich noch mal richtig cool wäre, es gibt von Hot Wheels auch so ein Target Exclusive. Das ist diese Red Line. Ah ja, genau. Das ist halt praktisch das Auto halt rot und es hat halt so einen roten Webber an der Seite hier. Hier ist immer die Line draufgeschrieben und da ist irgendwie Red Line, also Target Line. Das wäre ganz cool, wenn wir nochmal einen davon finden würden. Aber sonst bin ich eigentlich auch, ja, also ich habe die Sachen, ich habe schöne Überraschungsfunde gemacht. Ich habe die Sachen bekommen, die ich haben wollte. Ich habe noch mehr Sachen auf der Liste gehabt, die ich haben wollte. Zeigen wir euch dann in der Pick-Up-Folge. Da habe ich schon gut zugeschlagen. Also ich bin auch, wenn wir jetzt nach Hause fahren würden, wäre ich auch fein. Ja, wäre ich auch fein. Der gute Hoflicht möchte wissen, wie wir einen Brontosaurus im Koffer nach Hause transportieren könnten. Leider muss ich immer noch sagen, und der Kameramann, der kann es ja schon nicht mehr hören, das Thema, er hat immer noch keinen eigenen Brontosaurier. Und der Kameramann hat es treffend gesagt, einfach weniger Ausweichtoys kaufen und sich einfach auf das Main-Ding konzentrieren. Das wäre in dem Falle ja dann der Brontosaurus. Aber Martin ist bisher nicht gewillt, an seinem Kaufverhalten etwas zu ändern. Was heißt ja an meinem Kaufverhalten? Ich habe ein gutes Kaufverhalten. Also wir können nur so viel sagen, der Kameramann und ich, wir sticheln ihn schon auch nach wie vor im Urlaub, was das Thema Brontosaurier anbelangt. Zum Thema Tollplosion, exklusiv Doppelpack. Ich habe es ja auch mitbekommen, das Ding ist ja, glaube ich, jetzt ausverkauft, dieses Doppelpack mit dem He-Man und dem Skeletor drin, mit dem Terrorclaw, Skeletor und dem, wie hieß es gleich? Wie heißt denn der He-Man nochmal die Variante? Thunder Punch ist es ja nicht. Egal. Schreibt es mal kurz in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Jedenfalls, das Doppelpack sieht ja wirklich schön aus. Und wir haben auch schon darüber gesprochen gehabt und ja, es ist eingetreten, es ist verkauft oder ausverkauft, zumindest in der Vorbestellung jetzt online. Weiß nicht, ob wir noch was sagen würden. Ich weiß von Peter, es wird dann, es wird dann auf der Tollplosion direkt, wird es ja nochmal die Möglichkeit geben. Ja, gibt nochmal 100 Stück. Genau. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Na, ein bisschen teasern können wir doch, oder? So ganz leicht. Weiß ich nicht. Also ich, ich habe einfach das Gefühl, dass ich mir dieses Set auf jeden Fall auch nochmal anschauen werde. Meinst du? Ich denke schon. Du vielleicht auch. Oder? Ja, schauen wir. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind auch wir, unabhängig davon, dass wir gerade in fucking USA sind und einfach so viele krasse Eindrücke sammeln, sind wir auch aufgeregt, was das Thema Tollplosion anbelangt. Und wir hoffen natürlich, euch alle dort wiederzusehen. Und ihr könnt gerne eine Petition starten mit dem Thema, wer bezwingt den Ultimate Player? Wenn nicht die Spielzeugjäger? Wer dann? Und eine Petition, wird Martin irgendwann ein offizieller Dino-Riders-Sammler sein, wenn er denn einen Brontosaurier besitzt? Könnt ihr auch gerne machen. Ich sag mal, ich habe die Bronto-Folge abgedreht, das ist in Ordnung. Ich hole mir die Bronto-Folge dann immer wieder vor Augen, wenn ich Schmerzen verspüre. Was ich aber auch sagen muss, was auch wieder ultra, ultra spannend und einfach schön ist, eben weil wir hier sind, Filmlocations besuchen. Klar, wir sind natürlich wie dreijährige Kinder im Spielzeugladen, wenn wir im Target und Walmart unterwegs sind oder in irgendwelchen Vintage-Stores oder Frank & Sons. Aber wir hatten gestern zum Beispiel trotz Regen kurz noch die Kirche aufgesucht von The Fog, Nebel des Grauens, von John Carpenter. Und für mich ist das einer meiner absoluten Lieblings-Horror-Filme. Und wenn ich dann wieder mal vor einer Filmlocation aus einem meiner Lieblingsfilme stehe, das ist einfach Hammer. Die Filme bekommen so sehr viel mehr Tiefe. Ihr könnt Dinge auch irgendwie nachvollziehen und wenn ihr die Filme künftig schaut, dann könnt ihr einfach noch tiefer in den Film eintauchen, weil ihr wisst, ah, an der und der Stelle sah es ja eigentlich so und so aus. Das macht so viel Spaß. Allen voran, wenn man dann versucht, auch einzelne Szenen nachzustellen. Die Freunde vom Kameramann muss auch öfters mal herhalten als Hollywood-Camgirl, wenn wir dann irgendwelche Szenen nachstellen. Das macht schon echt viel Spaß. Man merkt dann auch manchmal am Vorbeigehen, dass die Amis auch erst mal so gucken, was machen die denn da? Wobei man sagen muss, gerade wenn wir jetzt so bei Drehorten von Halloween waren, die Leute, die jetzt teilweise in den Häusern wohnen, wo früher gedreht wurde, das ist jetzt nichts Neues für die. Die wissen auch, dass da tatsächlich irgendwelche Touris kommen, versuchen da Fotos zu machen. Da sind da manchmal auch so kleine Schilder und Zettelchen an der Wand oder irgendwie auch auf dem Rasen, wo dann draufsteht, ja, hier bitte etwas Rücksicht nehmen, seid nicht so laut. Ein witziges Schild war irgendwie so nach dem Motto, eine der wesentlichsten Eigenschaften von Michael Myers war Stille. Also nach dem Motto, wenn ihr hier seid, seid bitte auch still. Und ich habe ja auch eine Szene nachgestellt, wo Michael Myers hinter dieser Hecke steht. Später habe ich dann mitgekriegt, man soll sich eigentlich nicht mehr hinter die Hecke stellen, weil genau da, wo ein Bein auf dem Rasen steht, ist der Rasen komplett zurückgedrängt worden. Da ist dann nur noch Sand. Und da war dann auf dem Boden ein Schild, wo draufsteht, bitte nicht mehr da hinstellen, der Rasen möge sich doch mal erholen wollen. Ja, ich meine, die hätten natürlich auch clevererweise dann einfach da so eine Platte hinpacken müssen. Übrigens, Claudi, falls du jetzt den Livestream guckst, nein, stell ich mal bitte hin, Claudi hat sich gewünscht, dass meine Freundin auch mal kurz im Live-Chat zu sehen ist. Hi. Genau. So kennen die, sage ich schon. Claudi, ich hoffe, dass der Kanal jetzt in deinen Augen viel Aufwind erhält, weil eben meine Freundin auch kurz mit dabei war. Na ja, ich weiß nicht, soll ich dir den offiziellen Aufruf starten, ob du deine Brüste zeigen sollst? Claudi, das geht auf deine Kappe, du hast uns genötigt, dass wir das hier machen. Genau. Ja. Wollen wir kurz noch sagen, was der Kameran drückt schon wieder? Ach so, er zeigt auf dem Live-Chat, ich weiß gar nicht, da muss ich mal, irgendwie ist der nicht aktuell. Ich mache den mal kurz. Ja. Ach doch, das ist schon weitergegangen. Oh, wir hängen ganz schön zurück. Oh, wir haben sehr, sehr, shit. Dann irgendwie, irgendwie hängt das hier. Ja, manchmal hängt das. Ja, das ist halt live, da gehen Dachen auch manchmal etwas schief. Warte mal, ich will mal ganz kurz, das. Bring mal den Überblick. Das war der letzte. Ab hier geht's los. Genau, der mitschreibt, Martin, warte lieber, bis der Karton bei dir zu Hause ist und dann schon den Kampf mit dem Packpersonal vom Flughafen hinter sich hat. Ach, meinst du jetzt den Transporterraum? Ah, okay. Aber da haben wir nie Probleme gehabt. Ich habe von New Adventures mal den Battlebird von Ohio bis nach Dresden transportiert. Das ging alles klar. Der kommt, also den nehme ich im Handgepäck mit. Der kommt im Handgepäck mit, den habe ich in der Hand. Ich habe mir extra so einen Target-Beutel gekauft, so einen schönen Stoffbeutel von Target und der ist genau die gleiche Größe oder genau die Größe für ein Handgepäck und der passt ja wunderbar rein und der geht nicht aus meiner Hand. Martin hat geschrieben, Grading ist für Leute, die keinen Sex mehr haben. Ja, das ist so, gucken aber nicht anfassen. Genau das ist es. Das ist ja auch bei meinen Sachen, die ich ja im Case habe. Wenn ich das im Zora-Case habe, im Falle eines Falles, kann ich die nochmal rausnehmen, kann sie mir anschauen. Du würdest noch einen Schritt weiter gehen und dann komplett die Figur auspacken. Aber das ist ein Thema für sich. Beim Grading bin ich auch gespalten. Also ich würde keine Mox graden, weil das finde ich auch, ich finde es schön, wenn man die nochmal in die Hand nehmen kann und die kannst du nochmal in die Hand nehmen und dann die Figur ist ja auch geschützt. Was ich mache oder beziehungsweise was ich schon seit Jahren vorhabe, ich habe schon angefangen damit, lose Figuren zu graden von meiner Star Trek-Teilung. Ja, aber auch das ist irgendwie sinnfrei, weil da bin ich ganz beim Ultimate Player. Dann ist das da im Acryl-Case drin. Ja, weil der bleibt doch geschmeidig. Ich habe die Figur ja dreimal. Ich habe sie einmal, obwohl, ja, dreimal habe ich sie. Das ist auch der Grund, warum du kein Bronto hast. Einmal für die Vitrine, einmal zum Graden und einmal Mox. Ja, Carlito Brigante schreibt auch, Nabtenmänner, Grading ist auch immer nur ein Zeitwert. Ja, klar, letzten Endes. Ja. Das ist immer nur ein Momentum, was man da versucht festzuhalten. Das ist wie ein Brontosaurus unter 1.000 Euro zu bekommen. Ja, und Ronny, ganz kurz, selbst wenn ich mir von Jailer Toys den Bison hole, der Bison unter meinem Fernseher, der bleibt natürlich, weil der ist, das ist eine Storm-Collectibles-Figur. Ich meine, wenn ihr Storm-Collectibles kennt, das sind jetzt keine 30-Euro-Figuren. Davon abgesehen, sieht er einfach obergeil aus. Ich hätte aber noch einen von Bandai, den ich dann abzugeben hätte. Der steht jetzt aktuell noch in meiner Cherry-Pick-Bitrine. Vielleicht können wir noch mal drüber sprechen. Wie gesagt, Ronny, wir wohnen ja beide in Dresden, da findet sich bestimmt ein Weg. Ah, Flying Fizz Carlito Brigande. Geiler Name, klingt wie ein Despot aus Lateinamerika, der mit Kokain seinen Start am Laufen hält. Ja, der Flying Fizz-Themen, genau. Also ich finde das Doppelpack auch ganz cool, wenngleich ich bei Origins nicht so wirklich drin stecke und die Vintage-Toyline mich ja eigentlich gar nicht abholt. Finde ich es trotzdem sehr, sehr gut gemacht und es ist ja ein Wahnsinnsaufwand, der da betrieben wurde. Ausverkauft in 10 Minuten, Dr. John. Okay, danke. Das ist eine Info, die hatte ich noch nicht. Deswegen danke noch mal. Hoflich hat geschrieben, finde die Toy-Plosion zwar gut, aber die Figuren im Doppelpack mag ich beide nicht sonderlich. Ich weiß, was du meinst. Also ich bin ja auch kein Fan der Origins, also nicht so wie viele andere, aber das, was dahinter steht, die Idee, ja, das finde ich halt grandios und das wiederum macht es eigentlich schon irgendwie auch erstrebenswert. Also ich kann absolut nachvollziehen, wenn da Leute sich da online kloppen, um dieses Doppelpack zu bekommen. Ich finde es einfach eine schöne Sache. Stefan, nur ein Beißen kann mich schlagen. Tja, das werden wir noch sehen. Wir werden noch sehen. Der hat diesen Höhenflug immer noch nicht verarbeitet, ne? Der hat jetzt Oberwasser, weil er denkt, weißt du, da liegt ein Kontinent beziehungsweise ein Ozean dazwischen. Martin, wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Also Mitch, es liegt ja nur an dir, ob du eine Toiplosion-Tasche vollgekauft kriegst. Das liegt nur an dir, so wie es auch nur an Martin liegt, ob er einen Brontosaurus in seiner Sammlung hat oder eben nicht. Ein Beißen aus dem Game oder aus dem Film? Also der Film war ja Schrott. Also ganz ehrlich, meinst du den aus den 90ern mit Van Damme und Kylie Minogue? Furchtbar. Also ganz ehrlich, da haben die ja einen Rentner gecastet, der Beißen darstellen soll. Also damit kriegst du dich überhaupt nicht. Ich meine, immer schön spielakkurat. Die Packung sieht ja auch Hammer aus. Ich weiß ja nicht mal, ob ich den auspacken würde, weil die Packung, also checkt einfach mal von Jader Toys, die Streetfighter Toiline, die Packung ist der Hammer. Das sieht so geil aus. Eigentlich müsste ich die Figur, wenn ich sie zweimal sehe, auch zweimal mitnehmen. Einmal zum Auspacken, einmal zum Verpacken lassen. Eigentlich dreimal zum Graden nochmal. Ray Castle hat geschrieben, finde ich die Idee mit den fünf Versionen des Decken-Anhängers echt gut. Erste und Zweite sind am besten. Ja, also ich muss sagen, finde ich auch geil. Allerdings frage ich mich auf lange Zeit. Ich wünsche der Toiplosion, dass sie sich etabliert. Dass es die Con in Deutschland wird und bleibt. Allerdings, wenn du jedes Jahr einen Decken-Anhänger bekommst, wo sollen die alle hin? Der einzige Decken-Anhänger, der für mich interessant wäre, ich finde alle schön, keine Frage, aber der, den ich mir nach Hause nochmal holen würde, wäre der mit Braystar. Ja, finde ich auch geil. Richtig geil aussieht. Der Gusbach hat sich auch gut gemacht. Oh, Ray Castle hat es richtig geschrieben. Er feiert den guten Mate. Ja, wir feiern den Mate auch. Das ist ein toller Typ. Er hat auch einen tollen Kanal. Bis zum bestimmten Punkt. Bis zum bestimmten Punkt. Weil wenn dann die große Fresse einen Zucker hält, ja, da gibt es zurück, Mann. Da gibt es zurück. Und deswegen mögen die Spielzeugkirker gewinnen. Die Bicht vom The East kommt an. Ja. Ja, der Mitch holt sich natürlich nur einen mit Jurassic Park. Wundert mich jetzt nicht. Er ist ja ein großer, großer Jurassic Park-Fan. Du musst eigentlich, das kann ich dir sagen, der gute Patrick von Dinosaurs, Toys & Merchandise, er plant einen eigenen Stand auf der Toiplosion. Du musst dich mit ihm mal unterhalten. Ich glaube, da hast du einen Gleichgesinnten. Vielleicht hat er sogar noch ein paar Vintage-Toys zu Hause, die du vielleicht noch gebrauchen könntest, weil der Patrick hat auch sehr, sehr viel und er kauft ja auch manchmal Convoluts auf und da fällt auch hier und da mal was ab. Und zu Sachen Jurassic Park, also Patrick fragt uns ja auch immer, was so im Target und Walmart ist. Die haben zwar immer so Jurassic World Sachen und so, aber es ist gar nicht so viel. Und das, was ich auch immer so sammeln würde, ist ja die Hammond Collection. Davon haben sie so gut wie gar nichts irgendwie in den Regalen. Schade eigentlich. Billy Holiday, Billy Holiday, mein Gott, Alter, ich habe Mundfasching. Billy Holiday, eigentlich Henrik. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich deinen Namen sage. Der hat dir so ein paar Hashtags reingeschrieben. Da frage ich mich, in welchen Live-Chats du sonst so unterwegs bist. Würde mich nicht wundern, wenn neben deinem Getränk, was du jetzt vielleicht trinkst, noch ein bisschen Olivenöl, eine Zewerrolle und eine Banane liegt. Was? Vielleicht kannst du mit dem Marthe dich mal kurz schließen. Der Marthe kann dir da auf jeden Fall ein paar Tipps geben. Nein, bei uns gibt es keine Kamera 2 und auch nicht Hashtag Dance. Oder hast du Lust zu tanzen mit deiner American Shorts? Möchtest du tanzen? Nee, ich tanze nur frühmorgens. Ja, das ist schon vorbei jetzt. Oh, Ray Castle schreibt, er wartet auf eine Baywatch-Edition. Die Frage ist jetzt von Martin Shorts oder möchtest du ein anderes Setting haben? Wir waren gestern am Strand gewesen, aber leider war das Wetter gestern so beschissen, es hat irgendwie nur geregnet. Ich meine, einerseits ist es ganz cool, weil L.A. dann schön grün ist, weil sonst erlebt man das ja eher verbrannt und braun. Aber für den gestrigen Tag war es halt echt kacke gewesen. Sonst hätte man an eine Baywatch-Edition noch mal denken können. Wir haben ja schon mal was gedreht gehabt am Strand, am Santa Monica Pier beziehungsweise am Strand vom Santa Monica Pier. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Schön ist auch, grüße gehen raus an Albert Otto. Wir haben ja hin und wieder Kontakt über Instagram. Schön, dass du es in den Live-Chat gefunden hast. Geiler Typ. Das ist noch mal kurz eine Info für dich. Michael Gablitzer. Grüße mal deine ehemalige Klasse. Ich filme das und stelle das in die WhatsApp-Gruppe. Also, grüße gehen raus an meine ehemalige Klasse. Wir haben mich in diesem Jahr, haben wir ein Klassentreffen, 30 Jahre, meine ehemalige Schule, meine ehemalige Klasse. Also, grüße gehen raus aus L.A. Leute, ich komme vorbei und dann erzähle ich alles. Ray Castle hat geschrieben, habt ihr die Fallout-Serie gesehen? Also, ganz ehrlich, ich will sie gucken. Ich habe das Spiel nicht wirklich gespielt. Ich habe immer mal zugeschaut bei Leuten, die ich kenne. An sich finde ich es mega, weil ich bin immer ein Freund von Dystopien. Und dann ist es ja alles so im Gewand der 50er-Jahre gehalten. Was ich bisher mitbekommen habe, muss die Serie ja der Oberkracher sein. Allerdings sind Martin und ich so ein bisschen raus aus unserem Serientrott. Wir gucken ja auch zurzeit die Serie Shogun auf Netflix. Bad Batch läuft ja auch noch aktuell. Und leider sind wir noch nicht dazu gekommen, hier irgendwie weiterzuschauen. Aber wir haben irgendwie auch momentan ganz andere Sachen zu tun, muss man eigentlicherweise sagen. Wir stehen früh auf, dann geht es halt los, wird überlegt, was gemacht wird, dann wird rausgefahren. Das Problem mit TNLA ist halt, es ist halt alles sehr weit auseinander. Man hat halt lange Fahrzeiten von einem Stand zum anderen und so. Und dann, wenn wir dann zurück sind, sind wir meistens irgendwie gegen 10 oder so zurück. 9, 10, also 9 ist schon früh. Da sind wir dann auch manchmal platt. Wir sind ja einen Tag zum Hollywood-Sign gelaufen, hatten dann aus welchen Gründen auch immer den ultraschweren Trail genommen und dann waren wir echt gut im Eimer. Ich habe auch gestern Abend noch, als wir dann nach Hause gefahren sind vom Griffiths-Observatorium, habe ich hier vorne Muskelkater gemerkt. Naja. Aber wir werden Fallout definitiv, also ich werde es definitiv gucken. Und ich bin da eigentlich guter Dinge, dass die Serie wirklich gut gemacht ist. Was haben wir noch hier zu stehen? Ich kann euch gerade schlecht sehen, mein Bronto läuft durchs Bild. Da weißt du mal, wie es ist. Ja, gerne mehr von diesen Kommentaren, weil der Kameramann und ich, wir sagen uns, wir müssen ihn so lange triezen, bis der Typ endlich mal klarkommt und sich einen verdammten Brontosaurier kauft. Ich merke mir jeden. Er kommt alle in mein kleines Buch. Ah ja, ich merke. Das Ding ist ja auch so, die Standard-Antwort von ihm ist so, ich weiß nicht wohin, ich habe keinen Platz. Das ist ja ein großes Teil. Und ey, wenn ihr mal bei ihm zu Hause seid, der Typ hat schon seit Minimum zehn Jahren hat er keinen Platz mehr und alles andere findet er auch irgendwie da Einzug in diese Wohnung. Und beim Bronto, da gibt es dann auf einmal ein Problem. Das ist doch Lügenpresse, Lügenpresse. Ja, das Bronto-Video, Ray Castle hat es geschrieben, war spitze. Ich finde es auch super toll. Der Martin hat das super schön fertig produziert. Man muss ja auch sagen, in der Regel, die ganze Postproduktion hängt an ihm. Also während ich da manchmal abends irgendwie im Bett liege und dann, ja, Keine Ahnung, was du machst. Welche schöne Serie ich gekocht habe. Nein, also während ich irgendwie, keine Ahnung, meinetwegen vielleicht Fallout gucke, sitzt der Martin ja ganz häufig noch und schnippelt die Folgen dann fertig. Hin und wieder helfe ich ihm dann per Videotelefonie und dann beratschlagen wir uns zusammen, wo wird welches Foto eingefügt oder wie beschriften wir dies, was war das, welche Facts gibt es da noch zu berücksichtigen. Die Bronto-Folge habe ich ja an drei Abenden bis 0 Uhr irgendwie gut durchgeknippelt, damit die noch rechtzeitig rauskommt. Das war mir wichtig. Und hat sich ja gelohnt. Also die ist echt top. Danke nochmal an der Stelle an all die, die jetzt hier so liebe Kommentare reingeschrieben haben bezüglich unserer Personen. Ja, das ist natürlich, macht viel, viel wett. Mir tut der Martin auch oft leid, zum Beispiel, wenn er dann manchmal wirklich bis spät in die Nacht unter der Woche noch wirklich eine Folge fertig produziert. Weil Martin ist da ganz der, also ganz doll hinterher, was so diesen Veröffentlichungsplan anbelangt. Und manchmal macht er sich dadurch auch ungewollt selber Stress, aber er nimmt es in Kauf. Aber ich sagte mir da manchmal auch so Respekt, weil er muss ja auch früh raus und auf Arbeit. Und dann schneidet er manchmal bis 0, 1 Uhr die Folge fertig, damit die dann am nächsten Tag irgendwie dann auf Premiere gestellt werden kann, um dann tags darauf wirklich online zu gehen. Also ja, das sind so Sachen, die sieht man dann immer nicht. Ich habe es hier nur mit Eichhundchen zu tun. Ich bin der einzige Probe. Und deswegen freuen wir uns natürlich einfach über solche anerkennende Worte von euch. Wir freuen uns auch gerade übelst darüber, dass ihr mit uns hier am Live-Chat seid. Ich finde das total krass. Wenn du überlegst, ich meine, wir sitzen hier früh. Ja, wir haben jetzt unseren ersten Kaffee schon drin irgendwie. Und ihr sitzt da zu Hause in Deutschland und guckt uns hier zu, wie wir hier Laberabarber machen. Eine sehr coole Frage, kurz vom Alexander. Fallout, klare Empfehlung. Was gab es für Filme auf dem Flug? Was hat man? Ich muss gerade überlegen. Was habe ich denn geguckt? Ich habe, glaube ich, nur einen Film geguckt. Ich habe geguckt, die letzte Fahrt der Demeter. Weil ich mag so so viktorianisches, zeitalter Setting. Und dieser Film war ja so in dieser Zeit. Hat mir ganz gut gefallen. Hinten raus, ja, war es dann nicht mehr ganz. So, huu. Aber so an sich fand ich den Film, konnte man gucken, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war auch der einzige Film, den ich geguckt habe. Ich habe den Rest des Fluges immer irgendwie auf Standby und aus dem Fenster gucken und Vorfreude genießen. Ich habe ein bisschen Hörbuch gehört, habe dann, ich glaube, Equalizer 3 habe ich geguckt. Und dann bin ich auch Denzel Washington vor allem hängen geblieben. Zum Thema Hörbuch. Er hat ja ein sehr schönes Hörbuch über Friedrich den Großen sich angehört. Ein bisschen preußische Geschichte. Geht drei Stunden. Und irgendwie, er ist dann irgendwie, du hast quasi den Anfang gehört und dann das Ende. Genau, ich habe gehört, der Detail war weg. Also, das große Ding ist ja der siebenjährige Krieg beim Friedrich. Und das ist ja auch das, was mich interessiert. Und ich habe dann, woran ich mich erinnern kann, ist, dass es der siebenjährige, also kurz bevor der siebenjährige Krieg war, war der bayerische Erbvögelkrieg. Das habe ich noch gehört. Und dann, wo ich aufgewacht bin, war irgendwie, der alte Fritz war alt und es gestorben. Ich so, fuck, ich habe das ganze Zwischending verpasst. Ich habe auf der Rückreise noch mal Zeit. Mitch hat noch geschrieben, dass die Toyboys aus den Niederlanden da sind. Haben die coolen Stuff? Kennst du die, die Toyboys? Ja, also ich bin froh über jeden Händler aus dem Ausland, weil die haben mitunter den richtig geilen Stuff dabei. Letztes Mal waren die Italiener da, die hatten, da habe ich ja auch was gekauft bei denen. Also ich muss, wie gesagt, wir müssen definitiv auch noch mal nach Italien zur Toysini in Rom. Also ich glaube, da werde ich mein New Adventures Herz hörschlagen lassen können. Und die Winterstadt auf Seniors, ne? Oder ist das hier? Das ist dann in Belgien. In Belgien. Das ist in Belgien, genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz weiter gucken. Es war auch schon mal eine Frage gewesen bei Instagram. Die haben gefragt, ob wir hier irgendwie eine Convention oder sowas abklappern. Leider ist nix hier in der Nähe, wo wir jetzt sind. Es gibt keine Toyconvention hier in Amerika. Wir hatten ja schon mal beim letzten Besuch hatten ja schon mal so eine kleine Toyconvention angefahren. Aber da sind wir leider irgendwie die letzte Stunde oder so und da haben sie schon abgebaut. Ja, war ein bisschen schade. Also das fehlt mir noch auf der Liste. Ich möchte gerne noch mal eine Toyconvention in Amerika besuchen. Gerne auch eine große. Die Ohio Toy Show wäre ganz geil. Das wäre der Oberkracher. Oder die Toilenta in Atlanta. Mit dem Kameramann, der dann 24 Stunden Spielzeug angucken muss. Ja, und das Geile an den Toyconvention ist halt immer, also wenn du so eine Hotel-Toyconvention hast, dann hast du immer noch mal Abend in den ganzen Räumen, also in den Hotelzimmern machen die auch noch mal so Hotelzimmerverkauf und so. Das möchte ich auf alle Fälle mal erleben. Ich möchte auch erleben Parkplatz-Deals, die es definitiv gibt. Also auf der Ohio Toy Show gibt es sieben große Gebäude oder beziehungsweise so, ja, wie halt so Scheunen, so riesengroße Scheunen, wo halt die ganzen Stände sind und dann ist mal auf dem Parkplatz auch noch mal Parkplatz, also vom Pickup auf wird dann verkauft irgendwie. Da geht es dann, meine Freundin würde sagen, Money, Money, Money. Ja, ja. Das möchte ich auf alle Fälle noch mal erleben. Also das steht immer ganz groß auf der Liste. Wurde auch noch mal erlebt, also da arbeite ich dann. Hoffentlich will wissen, hat Martin eigentlich die Figuren, die beim Bronto-Saurier dabei waren, ob du die schon hast? Du hast jetzt eine bekommen, Genau, ich habe die Serena, habe ich. Das ist die einzige, die ich schon habe. Jetzt habe ich Krieg von einem, Entschuldigung, Namen sind bei mir immer so problematisch, kann mir nur Gesichter merken. Der hat mir jetzt eine, den ich glaube, das ist der Typ, der sich der Typ nennt. Der Typ, der sich der Typ nennt, den hat er mir geschenkt. Also mir fehlt noch eine. Billy Holiday hat seine paräontologischen Hausaufgaben gemacht. Paräontologischen. Paräontologischen Hausaufgaben gemacht, denn er hat geschrieben, bislang wurde vom Brontosaurus zwar ein Skelett, aber kein Schädel gefunden. Ja, der gute Mann hat aufgepasst. Ja, sehr gut. Er kennt sich aus. Wir sind ja in der Bildungssendung. Oh, da schreibt jemand, Ray Castle schreibt hoffentlich, rutscht Martins Hose nicht höher. Die Frage ist, warum? Was erwartet uns? Wird Martins Hose höher rutschen? Das erfahrt ihr in der nächsten spannenden Folge von Ah! Genau. Ah! Es werden ja einige schreien. Martin ist eine Maschine, hat Ronny geschrieben. Ja. Woran machst du das fest? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich meine, kennst du die legendären Videos Fit mit Reibe? Martin ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, der Klimmzüge ohne Arme hinbekommt. Ja, und ich bin schon mal einmal durch die Andantik geschwommen. Genau. Als du auf der Bohrinsel noch deinen Kaffee geholt hast, richtig? Genau. Mit Pennyboard. Wenn Martin seine gelbe Türehose nicht trägt, sieht es immer seltsam aus. Wer hat das geschrieben? Björn Mähtvernichter. Ah, der Björn. Übrigens, wir haben hier schön Kekse gegessen, mein Freund. Hier gibt es lecker, lecker Kekse. Der Alex will wissen, wie spät es gerade bei uns ist. Es ist exakt 10.57 Uhr. Genau. Noch drei Minuten, Livestream, und dann ist Schluss. Wir haben gesagt, wir machen eine Stunde heute, weil wir müssen heute noch mal raus. Ray Kassel hat geschrieben, große preußische Geschichte. Mein Uropa war in der Kaiserlichen Garde, lieber Martin. Hast du ein Foto? Kannst du uns gerne mal zukommen lassen? Martin und ich sind da generell sehr interessiert an sowas. Lass uns gerne mal zukommen, wenn du da die Möglichkeit hast. Er mitschreibt noch, am Samstag nach der Toplotion gibt es ja auch noch eine große Party im Nebengebäude. Also wenn es Bier gibt, dann wird Martin auf jeden Fall dabei sein. Und wir wollen auch den betrugenden Martin wieder erleben. Er war leicht eingeschwimt. Ich grüße im Spielteckel. Ja, wir werden mal sehen, was da so passiert. Wir sind auf alle Fälle da. Wir sind zwei Tage da. Wir nehmen das volle Programm mit. Und das Geile war ja, oder das Geile ist ja auch, dass die Jungs von der Toplotion, ich weiß ja nicht, ob sie unseren Rat angenommen haben, aber wir haben ja von Anfang an schon gesagt, mach die Toplotion zwei Tage, weil das ist viel, viel entspannter. Dann sind die Leute auch entspannter irgendwie. Und man kann halt noch mal am Abend noch mal zusammensitzen und noch mal ein bisschen labern und ja, austauschen. Das ist wirklich, also ich freue mich mega auf die Toplotion 2. Zwei Tage, ein Abend, Hammer. Das wird Hammer werden. Der gute Ronny, aka A-Pop Berserk, heißt wahrscheinlich Apoptigma Berserk, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, müsste eine Band sein. Er hat geschrieben, Martin, du kannst mir die zwei Figuren gleich abdrücken vom Bronto. Pass auf, lass mich den Deal kurz abwickeln. Ronny, wir machen das so, er gibt dir die zwei Figuren, dafür gibst du ihm den Bronto. Mit allem, was dazugehört. Richtig? Machen wir das so? Ja. Okay, stellvertretend für Ronny, hat mich gefreut. Deal. Deal. Und Carlito Brigande, der Sport aus Lateinamerika, hat eine Frage, er möchte wissen, welchen Dienstgrad du hast. Was? Wahrscheinlich bei der Bundeswehr warst du. In der Imperialen Armee? Kommen wir nicht wieder mit der Imperialen Armee, du hast dich für das Imperium gedient, du wirst es auch nie und du warst auch nie auf irgendwelchen intergalaktischen Feldzügen gewesen. Ich bin jetzt Hauptmann. Ach so, das war jetzt, okay, ich habe es gesagt, Imperialer Hauptmann oder? Da bin ich dann, da bin ich ja dann Käpt'n. Okay. Ray Castle schreibt, ob es Dinos wirklich gab, ist ja fraglich und ein interessanter Streitpunkt. Vieles ist konstruiert. Warum wir auf dem Mond? Also ich sage mal so, du kannst mit Martin nicht darüber reden, denn Martin glaubt auch, dass eines Tages die Menschheit von Haimenschen überrannt wird. Ja, definitiv. Martin sagt, der Tod lauert in den Weiten des Ozeanes und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Haimenschen an Land gehen, um sich das zurückzuholen, was ihnen zustünde. Ja. Und wir waren ja, wo wir gestern, wo wir gestern auf dem Center Monica Pier waren, habe ich ja auch alle gewarnt, dass das hier Haigebiet ist und dass wir praktisch das Festland verlassen und dann über den Pier gelaufen sind und haben gesagt, das ist alles Haigebiet schon. Hier ist mit massiven Haiattacken zu rechnen. Übrigens, laut Alexander bist du Sturmtruppler vom Dienstgrad. Kannst du dich damit zufrieden geben? Nee, ich bin natürlich irgendwie ein Offizier oder sowas. Martin ist Dark Trooper, wird auch gesagt. Hm, kann ich mich nur anfreunden. Dark Trooper ist okay. mitschreibt, hatte Peter mal angesprochen, wegen einer Garderobe für die Toys, damit man auf der Party nicht damit immer rumrennen muss. Ja, keine Ahnung. Gut, wir werden es ja wieder ins Auto packen. Ja, denke ich auch. Ich meine, das glaube ich, machen eh die meisten. Die bringen das dann ins Auto und dann, oder, ja gut, wir können... Ach so, dass dann die Leute, die auf der Toyplosion jetzt keinen Stand haben, sondern einfach nur da sind, dass die dann ihre Sachen irgendwie abgeben können. Das wäre, ja. Du musst doch mal kurz in die Kamera kommen, weil die Claudi ist jetzt erst im Live-Chat, weil Claudi musste das Kind ins Bett bringen. Was ist ein wichtiger, der Live-Chat, um das Kind ins Bett zu bringen? Überleg doch mal. So. Hi Claudi. Claudi, hat jetzt der ganze Live-Chat an Qualität zugenommen oder war es vorher auch schon sehr reichhaltig oder ist es erst jetzt reichhaltig? Claudi muss auf jeden Fall hier nochmal ein Feedback geben. Möchtest du die Claudi nochmal... Grüßen. Lass sie mal neidisch werden, dass du hier bist und sie nicht. Nee. Nee, okay. Schade, du kannst, glaube ich, wieder gehen. Claudi will ich nicht neidisch machen, weil sie hat ganz liebe Sachen zu mir gesagt. Ja, Claudi sagt ja auch, dass dein Content schöner ist als unser. Genau. Was? Ja, hat sie gesagt. Und dass ich sehr schön bin und dass ich sehr sehr schöner bin als du. Aber du hast keine Hose von 3, die hat reizigend an. Sorry, es geht schon wieder, es geht schon wieder. Gut. Okay. Alex, wir müssen dann langsam zum Ende kommen. Gut. Zum tausendmal, du hast mich fürs Imperium gedient. Ich breche ab. Ja, so ist es. Ich zeige euch, ich zeige euch mal, ich mache mal extra Tour über meine ganzen Auszeichnungen. Zeige euch einfach mal. Ja, wie gesagt, vielleicht, ja, was hat denn der Peter gesagt? Also hat er jetzt gesagt, dass es dann Garderoben da gibt, wo man das Zeug dahinter legen kann? Das würde mich mal interessieren. Aber wir können den Peter auch nochmal fragen. Auf alle Fälle könnt ihr, also was meine Erfahrung ist, man kann auf alle Fälle mit den Jungs reden beziehungsweise gute Vorschläge bringen. Ich glaube, die machen sich darüber Gedanken. Also das ist nicht einfach so, ja, 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 erzählt mal, sondern die machen sich wirklich darüber Gedanken und versuchen die, die Convention zu einer guten Convention zu machen. Und das... Ray Castle würde uns das per Mail zukommen lassen, das Foto, wo sein Vater früher, äh, Urusvater gedient hatte. Also gerne. Genau, spielzeuger at gmx.de steht doch in den Videos im Moment drin unser E-Mail. Sag es nochmal langsam. Spielzeugjäger, also mit A-E at gmx.de Ja. Genau. Dann können wir uns die Fotos auf jeden Fall mal anschauen. Also mich würde es auf jeden Fall auch total interessieren. An Alex Freundin, nein, kommt zurück, wir brauchen mehr Niveau. Was? Du wirst verlangt. Wir hören jetzt auf. Es ist Schluss, aus. Oh ja, Ray Castle schreibt, der Mond ist ein gutes Thema zum Streiten geschehen. Ein strittiges Thema, der Mond. Der Kameramann ist ja Befürworter der Mondlandung, du hingegen nicht. Aber Frage an dich, waren die Haimenschen schon auf dem Mond? Auf alle Fälle, was unterschätzt wird, ist auf alle Fälle die Mondenergie. Ja, weil wir sollten viel mehr Dinge aus der Mondenergie ziehen. Und der He-Mans-Van ist im Live-Tit. Ja, besser spät als nie mein Freund. Freue ich ihn hier. Warst du noch Zähneputzen oder wie? Die Kinder ins Bett bringen oder warst du hier? Und er mitschreibt nochmal, Peter findet das eine gute Idee und wollte das mit den anderen diskutieren und gegebenenfalls planen. Man kann mit den Jungs reden und wenn man eine gute Idee hat, dann machen sich auch darüber Gedanken. Der gute Ray hat den Namen missverstanden. Also Claudi ist diejenige, die möchte, dass meine Freundin, die Candy heißt, ins Bild kommt beziehungsweise kam. Diesen Auftrag haben wir erfüllt. Also C&C kann man sagen. Claudi und Candy, die haben hier versucht, hier den ganzen Live-Chat aufzumischen. und wir werden mal sehen, wer die nächsten Tage hier noch den besseren Content liefert. Ja, da kennt ihr meine Freundin schlecht. Das Niveau kann auch bei ihr drastisch ins Tal fallen und ist dann auch nicht mehr imstande aufzustehen, aber dafür liebe ich sie ja. So, aber jetzt machen wir Schluss, Alex. Wir müssen jetzt einen Schlusspunkt setzen, weil wir wollen heute nochmal raus und das Wetter ist nämlich heute gut hier. Alexander hat geschrieben, seit Iron Sky wissen wir doch, wer zuerst auf dem Mond war. Ist eine Doku gewesen. Genau. Okay. Leute, danke an alle, die jetzt im Live-Chat waren. Na ja. Grüße auch an Andi. Ja, Grüße gehen raus an Andi. Der Beste ist das. Ist auch schön, wie gesagt, dass er zurück ist, der Andi, wieder im Toy-Business. Geile Sache. Es war eine schwere Zeit ohne ihn, aber ich freue mich sehr und der gute Andi verfolgt ja auch in unserer kleinen privaten Reisegruppe, was wir hier so treiben und erleben und deswegen, ja, Grüße gehen nochmal raus nach Esslingen. Genau. Danke an alle, wie gesagt, die mit teilgenommen haben hier im Live-Chat. Kurz, der Ronny will nochmal wissen, was heute ansteht. Wir wissen es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig genau. Wir haben viele Optionen. Also Film-Location steht nochmal an oder wäre nochmal anstehen. Wir wollten nochmal zu einer Kneipe, Rainbow Bar & Grill, ne, Rob? Das ist so eine Rocker-Kneipe. Nightmare on Elm Street, da wären auch noch ein paar Film-Locations, die man abgrasen könnte. Ja, wir müssen mal gucken. Es gibt einige Sachen noch. Wir machen auf jeden Fall heute Abend nochmal einen Short. Also wie gesagt, ihr kriegt jeden Tag einen Short, mindestens einen Short von den Sachen, die wir so erlebt haben, die wir so gesehen haben und einfach gucken bei Instagram, da bannern wir Zeug rein, Bilder rein und dann passt das schon. Genau. Das war's mit... Es wird auf jeden Fall noch eine Pick-Up-Folge geben, die machen wir auch hier in den USA, die kommt dann auch noch später und aber relativ zeitnah. Bist du jetzt fertig? Bist du fertig? Ja, ich will immer hier schön abmoderieren, dann kommt immer nochmal was. Kauf dir erstmal ein Bronto, dann können wir darüber weiterreden. Ich kläre das nicht mehr persönlich mit dir, das können wir gerne über Funk machen. Kein Bock mehr hier, ey. Geht mir so richtig auf den Sack. Ja, bitte. Alex, wir müssen jetzt langsam mal zu Ende kommen, weil ich will jetzt raus. Es ist schön Wetter, schön. Ach, hast du dich ausgeschissen, ja? Können wir jetzt endlich mal aufhören, oder wie? Gut, das war's mit Spielzeuggeker, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal und die Pick-up-Folge kommt. Ja.